Ja, Disziplin oder Militär-Tradition stehen zur Auswahl. Das eine liegt mir eigentlich gar nicht. Disziplin könnte ich brauchen, so allgemein, um das Spiel schneller vorwärts zu treiben. Militär-Tradition hat es mir gesagt, ich bin dagegen, aber plus 50% Erfahrung fände ich eben mega cool. Aber ich vertraue jetzt mal meiner Zuschauerschaft und Gang auf Disziplin. Darum wählen wir das und jetzt ziehen wir das Spiel ein wenig turbomässig an und gehen vorwärts. Wow, du hast mich da abgeschossen. Geht es noch überhaupt? Du musst dich heilen, mein Lieber. Und du kommst hier vorne und baust gleich das Salz ab in 5 Runden. Nein, in einer. Okay, ist gut, haben wir es. Du heilst dich hier. Das ist okay. Du machst auf. Offen, 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 offen. Genau, ich kenne natürlich. Und weisst du was? Du verschiessest den, dann ist der weg. Und du heilst hier. Wobei werde ich eigentlich... Nein, ich brauche den. Also du heilst hier, das ist okay. Dann komme ich dann mit dem Bogenschütz wieder retour. Wie sieht es hier eigentlich in der Stadt aus? Was läuft? Hier haben wir 3 Nahrung, 2-1, 2-1, 3-1. Ja, alles im Lot. Mehr bringe ich ja nicht hin. Aber ich wachse jetzt bald und kann danach meinen Siddler machen. Das ist immer meine Strategie. Siddler. Und dann baue ich den nämlich genau hierher. Ähm, ich glaube das fängt gut so. Oh, jetzt würde ich da gerne runter schiessen. Aber zuerst mache ich natürlich endlich einmal die Mine. Ähm, du kommst mir nicht zu nahe. Das ist okay. Dann bleibst du so weit, so weit, so gut. Also, nächste Runde. Yeah, jetzt machen wir hier im Fall Express. Ich sage dir, es sind schon in der Runde 30, wie du siehst. Und jetzt kannst du nur eins vorkommen. Ja, das ist eigentlich völlig okay. Mach den einen. Und jetzt welches Barbaredorf nehmen wir als nächstes. Eigentlich müsste ich das einnehmen, dass ich da gleich einen Handelsweg machen könnte. Von hier oben nervt es mich aber am meisten. Und das nervt so oder so. Darum kommen wir hier rüber. So. Wir nehmen das. Jetzt eben da bist du gewachsen. Sehr gut. Gibst du mir das? Oder nice. Der Bazar, ja. Aber ich will zuerst einen Siddler haben. So. Du musst ja jetzt nicht mehr wachsen. Das ist gut. Was haben wir denn da noch? City Event Choice Required. Okay. Was heisst denn das? News from Mini Medina. Eine Gruppe von nomadischen Leuten sind bei uns angekommen. Und was? Die wollen eine Petition für das Recht zum Siedeln in unserem Gebiet. Wow. Sie sehen freundlich aus. Again they desire. How do you respond? Also die wollen sich irgendwie bei uns einfach niederlassen. So. Give them land. But only if they adapt to our culture. Oh. Ähm. Dann könnten wir ein bisschen Kultur gönnen. Was haben wir noch? Drive them out. Wir schicken sie wieder heim. Invite them to settle. Free military response near your city. Wow. Okay. Das wäre etwas. Invite them to integrate into the city. Da wäre entweder die Stadt wachsen. Da wäre eine Einheit über. Da wäre eine Kultur über. Eigentlich wäre mir das fast am liebsten. Aber ich könnte natürlich auch ähm. Die Militäreinheit haben. Ähm. Also ausrühren tun wir sie nicht. Das ist klar. Ich glaube. Ich will wissen wie das ist. Wenn ich da jetzt plus 67 habe. Dann bin ich ja da irgendwie schon ziemlich. Ne. Ich bin 95. Ach komm. Ich mache das. Weil ich schaffe die Barbaren. Schon. Ich schaffe das schon. Komm. Gib mir das. Gib mir die Kultur. Plus 67. Yes. Das kommt gut. Nächste Runde. Da heilen wir alle. Was? Da ist jemand schon in der Klassik. Mer. Was läuft. Jetzt kommt der andere noch mit unten. Wir sind fast die Beläsendsten. Okay. Ähm. Ja. Sehr gut. Ähm. Sehr gut. Sehr gut. Das hat es da irgendwie gleich nicht dazugezählt. Und ich habe es jetzt schon wieder weggeklickt. Was ist jetzt da los? Eih. Eih. Ich weiss nicht. Aber irgendwie dunkel wird das Ganze verpackt. Es ist doch nichts anderes. Plus 67 Kultur. Und irgendwas auch nie bekommen. Ah. So ein Zeich. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Ich weiss es nicht. Misch. Wenigstens ist das Land dazukommen. Dann können wir das abgeben und das dazunehmen. Ja. Aber es ist ja im Fall wirklich. Wirklich zum Kotzen. Eih. Verlangt der Handelsweg. Äh. Klassik. Jaja. Ähm. Du gehst drauf. Weil ich mit dir hier rüberkomme. Ja. So. Dann haben wir da jetzt nochmal einen Krieger. Du kommst da hoch. Weil du gehst auch da hoch. Yes. Jetzt können wir in vier Runden. Habe ich jetzt nicht noch mehr. Nein. Habe ich nicht. Wohl. Da könnte ich ein bisschen mehr machen. Äh. Wenn ich das ändere bringt das aber wahrscheinlich nichts. Vier. Habe ich nochmal. Äh. Nehmen wir eins. Zwei. Nein. Bringt nichts. Also lassen wir es so wie es ist. Nächste Runde. Eih. 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 Das ist ja krass. Gute. Die Barbaren hier. Eigentlich habe ich wirklich keine Angst, dass ich eine Anslage gemacht habe. Neu nervös. Ja. Euch gehen wir jetzt dann gerade gehen. Verbollen. Dort unten. Ich muss mich da nur schnell ein bisschen schützen. Dann gibt mir wenigstens das vier Kulturen. Ähm. Dich könnte eigentlich auch gerade fertig machen. Ich brauche es doch alle nicht. Ich Barbaren. Dann komme ich mit dir hier hin. Und mit dir. Äh. Was ist das da? Äh. Wald-Grasland. Dann machst du da bitte das so. Und kommst da hoch. Und dann kommen wir nachher mit dieser Truppe oben runter. Das kommt gut. Nächste Runde. Ja ja. Die haben keine Chance. Oh. Da hat es ja Steige gegeben. Und Masse sehe ich gerade. Wow. Krass. Äh. Da warten wir lieber noch schnell ein bisschen. Und gehen wieder retour. Mit dir. Ah. Ich komme hier irgendwie nicht schneller runter. Äh. Ich muss bis hierher kommen. Also komm mal bis hier. Ja. Über den Fall. Das ist okay. Du kannst mir mal schauen. Was es da drin hat. Hier heile ich rasch. Eine Runde. Weil ja. Das ist mir ein wenig zu gefährlich. Du heilst dann dort auch noch. Und jetzt geht es da endlich los mit dem Siller. Komm. Komm endlich. Ja. Du haust wieder ab. Mach das. Ist mir egal. Kann ich die fertig machen? Ja. Könnte ich. Aber du könntest auch schnell warten. Warten. Weil du heilst ja. Du sollst sehr schnell heilen. Dann hast du jetzt das gemacht. Sehe ich das richtig. Jawohl. Wow. Das geht ja. Wow. Geil. Oh Mann. Das ist ja voll cool. 3-2. Das müsste ich ja. Äh. Gerade ausnutzen. Dass ich. Daher komme. Und dann komme ich mit dir. Eben glaube ich lieber. Zuerst da hinein. Und heile noch eine Runde. Dass ich dich ein wenig. Ähm. Safe. Halte. So. Ja. Jetzt gehst du dort hinein. Okay. Mach das. Dann kommst du jetzt hier runter. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das Probarenlager. Da holen wir eins noch. Äh. Der ist gut. Der ist gut. Ja ja. Greif du nur an. Das ist okay. Ich komme so. DBM drauf. Dann kann ich natürlich erst in drei Runden das Holz abholzen. Also. Darum gehen wir hier rüber. Das wird schon gut kommen. Mit dem Siddler. Wollte ich hier rüber. Zeigst du mir da eigentlich keinen Vorschlag? Ja. Ich gehe gleich hier rüber. Ist mir egal. So. Du kommst hier runter. Äh. Dann wählen wir eine nächste Produktion. Jetzt bin ich tatsächlich im Fall für den Bazar. Das ist okay. Ja. Ich weiss. Ich könnte auch auf Kultur gehen. Aber ich muss zuerst wieder ein wenig Geld haben. Ja. Jetzt ist schon wieder ein Pantheon gegründet worden. Aber das ist mir auch eigentlich egal. Wir sind hier ein wenig rumfighten. Du machst den fertig. Du baust das. Du kommst. Äh. Ich würde sagen. Hier runter. Ja. Du kommst hier lieber schnell hochschauen. Nicht. Nicht dass dann da noch irgendjemand mich da überrascht. Dann gehen wir schon wieder in die nächste Runde. Äh. Das P3 haben sie schon gebaut. Wolltest du mich eigentlich hochnehmen? Ach Merde. Du teilst. Du könntest angreifen. Wollen wir aber gerade nicht. Darum. Du kommst doch du gleich mal eins vorne. Ja. Und wieso greife ich dich nicht an? Weil dann du nachher kommst. Ich könnte da mal schnell eins rüber. Aber ich warte lieber noch. Ich gehe wieder eins zurück. Du kannst jetzt da mal schiessen. Du kommst eins, zwei da hin. Dann komme ich mit dir da hin. Und weisst was. Ich brauche dich jetzt da vorne. So. So. Da geht es wieder ab. In die next rounds. Ja. Ja. Jetzt warten wir dann wohl wieder. Bis wir die grossen Verarbeitung haben. Und sehen dann gleich noch, ob es da einen Einsen hat. Nice. Sehr gut. Also du wartest. Du schiessest. Du greifst an. Und du. Ich habe mich upgraded. So was denn? Du hast ja zu einem Speerkämpfer. Aha. Ich müsste aber Geld haben für das. Und das habe ich nicht. So warum nehme ich zuerst dich. Und du. Da habe ich gesagt. Oder? Merde. Jetzt müssen wir mal schauen. Eins, zwei, drei. Ja. Äh. Von da. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das habe ich drin. Ja, ja. Komm. Das ist gut. Machen wir. Da. Da kommst du noch hinten an. Einfach weil ich es so sehen will. Okay. Hast du schon angegriffen? Jetzt hast du angegriffen. Sehr schön. Sehr schön. Dann kannst du mal eigentlich da im Wald rausstehen. Dann machen wir die nächste Forschung. Äh. Das wäre natürlich gut und richtig und auch nötig. Aber. Äh. Nein. Eisenverarbeitung brauche ich jetzt nicht. Dschungel. Kann ich kennen. Muss ich nicht entfernen. Komm. Ich denke. Wir gehen. Ja. Eigentlich müsste ich schon mal da richtig Schrift gehen. Oh. Zeig mal. Was hast du jetzt alles da gemacht? Rade. Kalender. Schrift. Ja. Ich glaube das ist schon gut. Wobei halt. Nein. Steinwerk brauche ich. Moment. Moment. Wir machen zuerst das Bauwesen. Das ich dann kann. Steinwerk. Oder wenn wir zuerst die Bananen noch anschauen. Komm. Wir machen zuerst das. Dann können wir nämlich auch da den Council machen. Und eins noch ein bisschen in der Wissenschaft pushen. Wir müssen pushen. Wie lieber mit eins noch plus acht. Haha. Ist ja eigentlich ein Witz. Also nicht nur eigentlich. Sondern es ist ein Witz. Jetzt ist hier eine neue gespawnt. Ähm. Dann tun wir hier innen wieder heilen. Du befestigst dich. Du wartest bis der geschossen hat. Dann nimmst du mal die Stadt weg. Dann haben wir wieder ein wenig Geld. Und schau. Hier gibt es mir sogar an. Dass ich hier eine Stadt bauen soll. That's good. Also machen wir das auch gerade. Ohne lange zu überlegen. Und ich glaube ich kaufe gerade die 500 Felder hier. Also das auch mal sicher. Äh. Wobei ich habe nicht zu viel Geld gesehen. Ich habe gerade. Ach komm. Egal. Das will ich. Gib mir hier lieber etwas Kultur. Und dann baust du mir als erstes ein Well. Ähm. 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 Äh. Gib plus eins Nari. Wenn ich das richtig verstehe. Und plus zwei Produktion. Mach den mal. Kommt. Das ist okay. In der Wüste brauchen wir Wasser. Du bekommst dich gerade mal befestigen. Und jetzt. Das ist sicher nicht Mecca. Liebe Leute. Ich nehme Vorschläge entgegen. Wie die Stadt soll heissen. Ähm. Ich möchte sie ganz sicher umtaufen. Schreib es doch in die Kommentare rein. Äh. Jetzt schaue ich aber hier noch. Irgendwie tut es mich. Ich mache hier mega mega. Äh. Zu viel Nahrung. Und zu wenig Produktion. Und 13. Äh. Nein. Nein. Schuhe. Du musst wachsen. Das ist okay. Lassen wir es so. Ja. Und ähm. Strategie ist eigentlich klar. Also das mit den Barbaren ist ja easy gewesen. Ich habe ja hier nur noch 1, 2, 3 Barbarenlager um mich herum. Sobald ich den Bazar habe, mache ich dann eine Karawane. die hier auf Hanoi herum. Warte. Das könnte ich eigentlich gerade mal eingeben. Wo haben wir sie? Karawane hier als nächstes. Ja. Und dann äh. Ähm. Natürlich. Eben. Mecca. Muss man umtaufen. Ich nehme gerne Vorschläge entgegen. Und dann sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge. Ja. Oder? Doch. Machen wir es so.